Ich sage allen, meine Schwester ist in den Westen gezogen. Du bist Physiklehrerin. Dein Ehemann renoviert Häuser. Ihr möchtet umziehen, aber du willst noch warten, bis die Zinsen weiter gesunken sind. Klingt nicht so nach mir. Bevor ich ein Avenger wurde, habe ich Fehler gemacht. Und mir eine Menge Feinde. Sein Name ist Taskmaster. Er kontrolliert den Roten Raum. Die sind manipuliert. Bei vollem Bewusstsein, aber ohne Willen. Ich hätte dich holen sollen. Wie viele gibt es noch? Genug. Wir müssen dahin, wo alles angefangen hat. Damit er es keinem je wieder antun kann. Meine Familie. Wir kämpfen mit euch. Du wirst nicht gewinnen. Ich fand es immer besser, die Vergangenheit rumzulassen. Hast du einen Plan oder soll ich mich einfach weiter dumpen? Ja, mein Plan war, uns hier rauszubringen. Ja, dein Plan ist scheiße. Irgendwann muss man sich entscheiden. Willst du sein, wie die Welt dich sieht? Oder wer du wirklich bist? Ich habe mich entschieden. Ich habe es satt, wegzulaufen. Black Widow. Gut, es läuft folgendermaßen. Natascha sitzt gerade. Ich sitze doch gerade. Du kriegst noch einen Buckel. Hör auf deine Mutter. Oh mein Gott, das... Na, sag dann. Okay, seid still. Ihr alle. Ich habe gar nichts gesagt. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair.